Sie sind Eigentümer und möchten Ihre Immobilie verkaufen? Dann haben Sie drei Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Wenn Sie nicht so viel Erfahrung mit Immobilien haben, macht es durchaus Sinn, sich einen Immobilienprofi mit zur Hand zu nehmen, also einen Immobilienmakler. Es gibt drei unterschiedliche Makleraufträge, mit denen Sie arbeiten können. Erstens, den sogenannten Maklerauftrag. Zweitens, den Alleinauftrag. Und drittens, den qualifizierten Alleinauftrag. Was sind jetzt die Unterschiede und was sind Ihre Vor- und Nachteile? Der Maklerauftrag ist prinzipiell relativ einfach gestrickt und kann auch nur mündlich mit einem Makler vereinbart werden. Unsere Empfehlung an der Stelle ist, machen Sie das Ganze schriftlich, weil wer schreibt, der bleibt. Der Maklerauftrag an sich beinhaltet einfach nur, dass Sie eine gewisse Vereinbarung haben, wenn der Makler Ihnen einen Kunden bringt, dann sind Sie und auch der Käufer verpflichtet, an diesen einen bestimmten Makler die Provision zu zahlen. Sie haben aber die Möglichkeit, noch weitere Makler zu beauftragen und können außerdem auch selber verkaufen. Und dann muss dieser eine Makler, der den Kunden vielleicht nicht gebracht hat, nicht von Ihnen oder dem Käufer bezahlt werden. Der Alleinauftrag beinhaltet im Endeffekt, dass Sie den Makler alleine beauftragen. Das heißt, Sie dürfen nicht noch zu einem zweiten oder dritten Makler gehen, weil wäre das der Fall und Sie würden sich an diese Abmachung nicht halten, dann müssten Sie, sofern ein anderer Makler das Haus verkauft, diese Provision wiederum an Makler 1, den Sie als erstes und als alleinigen beauftragt haben, zahlen. Sie können aber nichtsdestotrotz Ihr Objekt, Haus, Wohnung, Grundstück, was auch immer, selber vermarkten. Und sofern Sie es verkaufen an einen Kunden, den der Makler noch nicht bedient hat, also das heißt informiert hat, ein Exposé rausgeschickt oder eine Besichtigung durchgeführt hat, dann kauft dieser Kunde in diesem Zusammenhang ohne Provision und Sie sind an der Stelle Ihr Objekt hoffentlich zu einem guten Preis losgeworden. Und Nummer 3, die gängigste Variante, weil wir kommen auch gleich zu Ihren Vorteilen, ist der sogenannte qualifizierte Alleinauftrag. Das bedeutet, dass der Makler, der von Ihnen beauftragt wird, nur beauftragt wird und kein weiterer Makler und auch Sie als Eigentümer das Objekt nicht weiter vermarkten dürfen. Das heißt, er ist der Alleinige, der diese Vermarktung für einen gewissen Zeitraum übernimmt. Und meistens legt man das Ganze für 6 Monate fest, mit einer Kündigungsdauer von einem Monat vorher, ansonsten verlängert sich der Vertrag um einen Monat. Weil worum geht es Ihnen? Hier geht es darum, dass Ihr Objekt bestmöglich verkauft wird. Das heißt, zu einem guten Preis, in einer guten Geschwindigkeit an einen Kunden, den Sie an der Stelle auch mitbestimmen dürfen. Ja, welche Vor- und Nachteile gibt es dann jetzt eigentlich? Also, wählen Sie Nummer 1, dann wäre aus meiner Sicht der Nachteil darin ganz stark, dass der Makler keine wirkliche Motivation hat, das Objekt schnell zu verkaufen oder auch gut zu verkaufen. Er wird relativ wenig Eigenleistung mit in dieses Unternehmen reinbringen, was für Sie wiederum den Nachteil ergibt, dass Sie vielleicht viele Makler beauftragt haben, aber keiner von denen so richtig beauftragt ist und sich darum kümmert. Außerdem ist der Maklerauftrag an der Stelle unvorteilhaft für Sie, weil der Makler verpflichtet sich nicht, für Sie tätig zu werden, sondern er hat die Möglichkeit, das Ganze mit in seinen Bestand aufzunehmen, aber er muss es nicht aktiv vermarkten. Zweitens, der Auftrag, für den Sie auch noch mit tätig sein dürfen und der alleinige Makler an der Stelle, hat den Vorteil, dass der Makler wiederum weiß, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Verkäufer des Objekts sein oder besser gesagt der Vermittler an den Käufer und wird seine Provision in Rechnung stellen können. Das heißt, er wird am Ende des Tages einen Verdienst haben. Also ist in dem Zusammenhang der Makler daran stark interessiert, das Objekt schnell und gut zu vermarkten und wird eine ganze Menge Arbeitsleistung hineinstecken. Warum wählen manche Eigentümer genau diesen Weg? Weil sie vielleicht Leute in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis haben, die auch gerne vielleicht kaufen möchten und das vor der Vermarktung im Endeffekt noch nicht abgeklärt wurde. Dann gibt es aber auch die gesonderte Möglichkeit, dass man dem Makler einen sogenannten qualifizierten Alleinauftrag gibt, in dem Zusammenhang aber ein paar Personen ausklammert. Das heißt zum Beispiel Bekannte oder Nachbarn oder ähnliches, diese könnten ausgeklammert werden und weiterhin von ihnen verkauft und vermakelt werden. Wo wir auch schon bei Punkt Nummer 3 sind, ist der qualifizierte Alleinauftrag. Dieser hat wieder den Vorteil, dass die meisten Makler diesen natürlich bevorzugt nehmen, aber nicht einzig und allein, weil sie, ich sag mal, faul sein wollen, sondern weil natürlich eine ganze Menge Arbeitsleistung sowohl wie auch Kosten in so etwas fließt. Das bedeutet, der Makler gibt sich die größte mögliche Mühe, dieses Objekt so schnell wie möglich an seine Kunden zu vermarkten und wird eine ganze Menge Schritte gehen, um dieses Objekt und dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Ja, ganz wichtig, lassen Sie sich das immer schriftlich geben, welche Dienstleistungen mit in dem Vertrag aufgenommen werden, um dann im Endeffekt zu checken und zu sehen, was alles davon wirklich erledigt wurde. Ist das nicht der Fall, dass irgendeiner dieser Punkte erfüllt wurde, dann haben Sie ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht und können von diesem Maklervertrag zurücktreten und haben die Möglichkeit, wieder an einen neuen Makler heranzutreten oder aber auch selber zu vermarkten. Noch ein kleiner Tipp von mir. Es wäre aus meiner Sicht immer hilfreich, einen Makler mit zur Hand zu nehmen, weil am Ende des Tages kennt der ein paar Kniffe und Knaufe, wie man so schön sagt, um das Objekt richtig in Szene zu stellen, aber auch zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick über die drei unterschiedlichen Auftragsmöglichkeiten geben, die Sie bei Ihrem Makler haben. Und wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo und dann kann ich Ihnen in nächster Zeit noch weitere hilfreiche Tipps geben, damit Sie Ihr Objekt vernünftig vermarkten können. Wenn Sie eine spezielle Frage haben oder zu Ihrem Anliegen ich Ihnen vielleicht helfen kann, dann schreiben Sie mir noch gerne eine E-Mail. Diese sehen Sie hier jetzt eingeblendet oder auch unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.